Dankeschön für diesen Beitrag auch. Als nächstes hören wir noch einmal Musik von den Lebenslauten. Und das wird dann auch schon gegen Ende unserer Kundgebung einleiten. Aber jetzt erst noch mal, darf einer gleich auch vor Pause. Ein paar Stunden von den Lebenslauten zum globalen Aktionstag für die Rechte von Migrantinnen ab 18. Dezember. 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 Musik 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 Musik